Tach! Nachdem jetzt alle das AfD-Video verdaut haben, auch der liebe Nutzer die Party, welcher satte 117 Kommentare unter dieses Video geschrieben hat, das sind 20% aller Kommentare, geht es heute um ein paar Zukunftsszenarien und Prozente sind da schon ein gutes Stichwort. Wir schauen uns an, wie die Bundestagswahl möglicherweise ausgehen könnte, wann auch immer sie stattfindet. Ja, die Große Koalition hat ja vor kurzem ihre Halbzeitbilanz veröffentlicht und ist zu dem Entschluss gekommen, ja mega, unsere Arbeit war bisher unfassbar geil, lassen wir die nächsten zwei Jahre noch fertig regieren. Klar wäre auch komisch, wenn man sich selbst sagt, dass man scheiße regiert, aber gut. Jetzt entscheidet sich das Fortbestehen der GroKo nur noch durch die Frage, wer die neuen SPD-Vorsitzenden werden. Werden es Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Gajewitz, dann bleibt die GroKo. Werden es Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, dann wird die SPD wahrscheinlich die GroKo verlassen. Hello darkness my old friend. Wir schauen auf beide Szenarien und die damit verbundenen Bundestagswahlen. Nehmen wir an, die SPD bleibt in der GroKo. Die nächste Wahl findet damit 2021 statt. Das sind noch ganze zwei Jahre, in denen natürlich viel passieren kann. Deshalb ist es erstmal schwierig zu sagen, was da passieren wird. Wir probieren es trotzdem. Wie wir schon seit 2013 beobachten können, ist die GroKo Gift für die Prozente der Union und der SPD. Fangen wir mal mit der Union an. Dieses rote Rechteck da in der Mitte symbolisiert, wo wir im Moment bei den Umfragen stehen. Ich habe die durchschnittlichen Umfragen von jedem Monat genommen und habe sie jetzt in der Grafik zusammengefasst. Da sehen wir jetzt erstmal, dass die Union nach der Bundestagswahl erstmal so über 30% war. Und dann ging es plötzlich steil bergab. Das war dann in der Zeit, wo Angela Merkel irgendwann dann gesagt hat, ja, ich höre jetzt mal auf als CDU-Vorsitzende. Und dann ging es wieder leicht hoch, als Annegret Kramp-Karrenbauer das Amt übernommen hat. Aber auch nicht wirklich groß. Es ist ein kleiner Hügel. Und dann ging es auch wieder bergab. Waren wir genau bei den gleichen Umfragewerten. Bis wir jetzt da im Moment bei 26% stehen. Und ich habe jetzt mal das wahrscheinlichste Szenario durchgekaut mit allen Parteien. Denn ich gehe davon aus, AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, wird jetzt erstmal natürlich die nächste Zeit CDU-Vorsitzende bleiben. Es wäre jetzt für mich ehrlich gesagt unwahrscheinlich, dass sie das nicht mehr wird, auch wenn sie nicht sehr beliebt ist. Das heißt, es wird jetzt erstmal eine ganze Weile lang so mit diesen Umfragewerten weitergehen. Und irgendwann wird es dann einbrechen. Und das ist dann die Zeit, wo es dann langsam in die Bundestagswahlphase 2021 geht. Und da wird AKK definitiv nicht meiner Auffassung nach Kanzlerkandidatin, sondern Friedrich Merz. Und dann sieht man, gehen die Umfragewerte auch wieder hoch. Es reicht aber nicht wirklich, um ein krasses Ergebnis einzufahren. Die Union wird trotzdem Prozente verlieren, im Gegensatz zur letzten Bundestagswahl und landet dann am Ende bei 28%. Machen wir weiter mit dem Sorgenkind der SPD. Man sieht hier, nach der Bundestagswahl konnte sich die SPD erstmal so ein bisschen über 20% halten. Dann ging es aber bergab, als dann klar wurde, okay, es wird jetzt doch wieder eine GroKo geben. Dann ging es richtig bergab in der Zeit, als die Europawahl war. Und Andrea Nahles dann gesagt hat, sie tritt als SPD-Vorsitzende zurück. Die Punkte danach symbolisieren die Zeit, in der die SPD kommissarisch geführt wurde. In dieser ganze Hickhack mit der Wahl des neuen Vorsitzenden oder der neuen Vorsitzenden. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass am Ende Olaf Scholz und Klara Geilwitz gewinnen werden. Also die GroKo bleibt deswegen auch bis 2021. Ich glaube erstmal, dass damit, wie ihr hier auch in der Grafik sehen könnt, die Umfragewerte steigen werden der SPD. Ist jetzt auch nicht berauschend, sind ungefähr 18%. Dann geht es ab und zu auch mal, also danach geht es dann ein bisschen hoch auf über 20%. Aber ich glaube, das ist dann so dieser kleine Scholz-Effekt. Weil Scholz insgesamt, warum auch immer, ein sehr beliebter Politiker in Deutschland ist. Wobei diese Beliebtheitswerte generell ein bisschen fragwürdig sind. Ich meine, es ist egal, wer Außenminister ist. Der Außenminister ist immer angeblich einer der beliebtesten Politiker in Deutschland. Man könnte auch einfach statt Heiko Maas den Governor aus Walking Dead als Außenminister nehmen. Und er hätte trotzdem tolle Umfragewerte. Obwohl niemand diesen Typ mag. Naja, also wie gesagt, danach wird man sehen, es ist nicht besser gestellt mit der SPD. Es wird noch weiter bergab gehen. Und ich glaube tatsächlich so im Jahr 2021, im Jahr der Bundestagswahl, kann es auch mal richtig arg bergab gehen auf 10%. Vielleicht während des Bundestagswahlkampfs wieder ein bisschen hoch, weil Scholz dann wieder irgendwelche Versprechen macht, die er nicht einhält. Ich weiß nicht, ob er sich als Kanzlerkandidat hinstellen würde bei 10% in den Umfragewerten. Aber er wäre wahrscheinlich Spitzenkandidat. Und letztendlich wird die Partei dann ungefähr bei 12% landen. Ist jetzt einfach meine Prognose dafür. Dann sehen wir jetzt bei der AfD, da war es am Anfang ungefähr so wie das Bundestagswahlergebnis. Dann ging es aber hoch auf über 16%. Dann letztendlich auch wieder runter. Und ich glaube, es bleibt jetzt erstmal eine Weile so, bis es dann stufenweise hoch geht. Es sieht ja wirklich aus wie eine Treppe, wie das da in den Umfragen hoch geht. Auf fast 20%. Allerdings glaube ich tatsächlich, hat die AfD ihr Wählerpotenzial fast erfüllt. Also in den ganzen Bundesländern, in denen jetzt gewählt wurde in den letzten Jahren. Wenn man sich da die aktuellen Umfragen der Landtagswahlen anschaut, die AfD stagniert. Also die ist nirgendwo viel stärker. Das weiß natürlich im Osten ein Riesending, was sie da gefahren hat. Aber in den westdeutschen Bundesländern stagniert sie wirklich. Da gibt es kaum hohe neue Prozentzahlen. Deshalb vermute ich, dass bei maximal 20% bei der Partei auch Schluss ist. Und dass sie nicht mehr Wähler mobilisieren kann. Diese fast 20% werden dadurch kommen, dass immer mehr Leute von AKK genervt sind als CDU-Vorsitzende. Und denken, ach komm, die ist mir eh nicht konservativ genug. Ich will jetzt lieber die AfD. Und dann kommt aber März und nimmt denen wieder ein bisschen prozenter ab. Das ist halt meine Prognose dafür, weil er konservativer ist als sie. Letztendlich wird die Partei trotzdem bei 16% landen. Vielleicht auch einige Leute von der SPD enttäuschte. Wähler sind da vielleicht auch mit dabei. Bei der FDP ist es tatsächlich so, dass sie erstmal in den Umfragen hochgegangen sind. Dann ging es ganz schön steil bergab. Wobei, so viel ist das gar nicht. Das sieht es hier in dieser Tabelle mehr aus, als es ist. Das war in der Zeit, als man dann die Jamaika-Sondierung platzen lassen hat. Und seitdem hängt die Partei eigentlich nur noch bei zwischen 7-10% rum. Eigentlich sogar weniger als 10. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen Schwankungen geben wird. Dass es auch ein bisschen stärker hoch und runter geht in den nächsten Monaten. Dadurch, dass März dann der Kanzlerkandidat der CDU wird und er ja auch sehr wirtschaftsliberal ist, kann er meiner Meinung nach einige Stimmen der FDP abgreifen. Weshalb die Partei möglicherweise am Ende sogar damit fürchten muss, wieder aus dem Bundestag rauszufliegen. Mag man jetzt vielleicht im Moment gar nicht glauben. Aber ich denke, das ist eine realistische Variante. Sie schaffen es aber wieder in den Bundestag rein und werden bei 6% ungefähr landen. Bei der Linken ist das tatsächlich sehr ähnlich. Die stagnieren auch seit Monaten immer so bei 7-10%. Ich glaube, dass sie das jetzt auch die nächsten Monate weitermachen werden, wie bei der FDP. Und dann aber viele Wähler vielleicht doch von der SPD bekommen werden. Warum das so ist und nicht zu den Grünen, werden wir gleich noch sehen. Und ja, vielleicht landen sie ja am Ende sogar bei 13% der Stimmen. Das wäre das beste Bundestagswahl-Ergebnis aller Zeiten für die Linke. Ist vielleicht ein bisschen hoch, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, was ja letztendlich auch heißt, dass die Linke bei der Bundestagswahl mehr Prozente holt als die SPD, möglicherweise eine realistische Variante. Jetzt sind wir als letztes bei den Grünen, bei denen es ja wirklich drunter und drüber ging in den letzten Monaten in den Umfragewerten. Dann angefangen mit ungefähr 10%, kam ja dann dieser Riesen-Hype, wo es dann über 20% ging, dann wieder ein kleines Stück runter. Dann auf einmal wieder ein Riesensprung nach oben auf 25%, zeitweise sogar stärker als die Union in den Umfragen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass die Partei langsam wieder von den Umfragewerten nach unten geht. Wobei ich im Moment beobachte, während ich dieses Video aufgenommen habe, dass es möglicherweise auch wieder nach oben gehen könnte. Man weiß es nicht genau. Ich vermute aber, dass es jetzt langsam aber sicher auch wieder runtergehen wird von den Werten her. Unter 15% teilweise auch. Und dass die Partei sich nur über die 10% wieder retten kann. Gut, ich meine 17% am Ende sind trotzdem ein Riesenergebnis für die Partei. Wenn sie das jetzt mal 9% hatten, glaube ich. Aber sie werden ordentlich Prozente von frustrierten SPD-Wählern bekommen. Und das ist halt eben der Grund, warum es am Ende nicht wieder unter die 10% geht. Genau, und das können wir uns jetzt alles nochmal in einer gesonderten Grafik anschauen. Also damit die Union klar stärkste Partei, die Grünen auf Platz 2, AfD dritter Platz, Linke dann vor der SPD und die FDP abgeschlagen. Die Sonstigen habe ich jetzt einfach mal auf 8% geschätzt. Es kann ja vielleicht sein, die Partei zum Beispiel wird immer und immer größer. Möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl einfach auch schon bei 3%. Genauso wie die Freien Wähler, die auch immer stärker werden. Und dann halt die restlichen Parteien. Das kann sich schon sehr häufen. Mögliche Koalitionen bei dieser meiner Meinung nach realistischsten Variante wären 3. Das wäre einerseits Kenia, heißt die Union zusammen mit den Grünen und der SPD in einer Regierung. Weil das für eine Kroko nicht mehr reicht. Dann haben wir noch Jamaika, heißt man probiert es nochmal mit CDU, also CDU, CSU, Grüne und FDP. Oder es gibt Bahamas, also CDU, AfD und FDP. Weiß nicht, ob das jetzt eine realistische Variante ist. Ich glaube es tatsächlich nicht, auch wenn Merz viel konservativer ist als AKK. Und er natürlich seinen Wählern auch seine Versprechen einlösen möchte. Glaube ich nicht, dass er jetzt mit der AfD zusammengehen würde. Ich glaube die realistischste Variante ist, dass man es doch nochmal mit Jamaika-Verhandlungen probiert und dass es letztendlich dann auch eine Regierung der 3 gibt. Oder die SPD ist so komplett verzweifelt, dass sie mit den Grünen und der Union zusammen nochmal regiert. Dann ist sie aber bei der darauffolgenden Bundestagswahl komplett im Arsch und kann vielleicht gucken, ob es überhaupt noch über die 5%-Hürde kommt. So, die zweitrealistischste Variante, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Da ist die Union bei 26% und plötzlich die SPD bei ganzen 24%. Was ist denn da los? Ja, das ist glaube ich das, was ich vermute, wenn Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die SPD-Vorsitzenden werden. Ich glaube, es könnte erstmal ein bisschen stagnieren. In den Umfragen wird dann aber schrittweise steigen, bei der Bundestagswahl vielleicht nochmal deutlich nach oben gehen, dass man dann fast die Union eingeholt hat, bei 24% landet. Die Grünen dann noch bei 15%. Die Linke wird definitiv davon nicht profitieren, sie wird verlieren, weil die SPD endlich auch mal wieder ein bisschen linker auftritt. Die AfD kann man halbwegs klein halten, mit 13% würde natürlich trotzdem Plus bedeuten, aber nicht viel. Die FDP bei 7% wird Prozente verlieren. Ich habe ja vorhin gesagt, der Grund, warum die Grünen nicht unter 10% fallen, ist der, dass sie von der schwächelnden SPD profitieren werden. Jetzt stehen sie hier natürlich trotzdem bei 15%, was bei euch jetzt vielleicht Fragen aufwirft. Ich glaube tatsächlich, dass durch die Stärke der SPD und dadurch, dass dieses Klimathema auch immer noch allgegenwärtig ist, die Partei trotzdem bei 15% landen wird. Vielleicht gewinnen die Grünen auch wiederum von der CDU dazu, weil für viele die CDU dann doch wieder zu konservativ ist. Ja, aber man kann es halt auch nicht allen recht machen. Und die Linke wird davon natürlich Schaden nehmen. Diese 7% können auch weniger sein. Es können auch 6 oder 5% am Ende werden. Das halte ich für sehr realistisch bei diesem Szenario. Und bei dieser Idee gibt es vier Koalitionen, die realistisch wären. Das wäre einmal die GroKo, wobei das natürlich jetzt nicht sehr realistisch ist, weil es wäre Wahnsinn, wenn die SPD das wieder machen würde bei so einem Ergebnis. Jamaika wäre natürlich immer noch sehr realistisch, Bahamas wieder nicht. Und dann bleibt tatsächlich als andere Möglichkeit auch noch, wenn es ganz knapp dafür reicht, Rot-Rot-Grün übrig. Es wird halt verdammt knapp bei so einem Szenario, wenn es so läuft, wie es hier beschrieben ist. Aber das wäre eine Möglichkeit, die auch noch eine Koalition darstellt. Rein theoretisch ist dann auch noch eine Ampel zwischen SPD, Grünen und FDP möglich, aber mit diesem SPD-Führungspersonal sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht, dass die FDP da mitmachen würde. Und dann haben wir noch die drittwahrscheinlichste Variante. Das ist nämlich tatsächlich doch, dass AKK Kanzlerkandidatin wird. Und das wird für die Union so nach hinten losgehen. Sie werden zwar trotzdem die stärkste Partei bleiben, allerdings nur noch bei 22% liegen. Die Grünen werden von der Union massig Stimmen bekommen, genauso wie die AfD. Das teilt sich dann in zwei Lager auf, weil eigentlich nicht, also der linke Parteiflügel der CDU mag AKK eigentlich nicht so, also zumindest die linkeren Wähler der CDU, die rechteren eigentlich auch nicht. Also sie tritt eigentlich für gar nichts ein. Deshalb verliert sie in beide Richtungen. Die SPD vielleicht dann nicht ganz so schwach. Dann eben 15%. Das ist dann aber wieder mit der Wahrscheinlichkeit, dass Scholz und Klara Geiwitz Vorsitzende werden. Und dadurch wird die Linke auch nicht so viel profitieren. Die FDP, ja, wird trotzdem wieder verlieren. Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht groß irgendwas gegen die FDP. Es ist jetzt nicht meine politische Vorstellung. Aber ich sehe sie halt in allen drei Szenarien nicht wirklich gut. Ich kann mir keine Variante vorstellen, wo die FDP bei der Bundestagswahl bei der nächsten über 10% landen wird. Ihr könnt mich gerne schlagen, wenn es dann doch anders kommt. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, was passiert, wenn AKK Kanzlerkandidatin ist und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die SPD-Vorsitzenden werden. Dann kann es vielleicht sogar sein, dass die SPD vor der Union landen wird. Das habe ich jetzt hier nicht mehr mit aufgeführt, weil das schon sehr verstrickt ist, wenn das so kommen würde, weil es die unrealistischeren Varianten wären. Und bei dieser Variante, die wir jetzt hier aufgezeigt haben, wären drei Koalitionen möglich, nämlich Bahamas, was es mit AKK aber definitiv nicht geben würde. Und man muss trotzdem sehen, trotz alledem, dass Annegret Kramp-Karrenbauer so ein schlechtes Ergebnis mit der Union einfangen wird, hätte sie trotzdem die Möglichkeit, Kanzlerin zu werden. Ja, dann bleibt eben noch Kenia und Jamaika. Und auch da würde ich wieder sagen, Jamaika wäre realistischer. Zusammenfassend heißt das, die Wahl um den SPD-Vorsitz wird ein entscheidender Punkt, wenn es um den Ausgang der nächsten Bundestagswahl geht. Und generell ist die realistischste Variante die Jamaika-Koalition. Ja, dann haben wir das alles soweit mal durchgekaut. Was denkt ihr denn, wie die nächste Bundestagswahl ausgehen wird? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt auch gerne neue Themenvorschläge für weitere Videos in die Kommentare. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich ciao.